Die Top 6 in der Männer-Physik-Kategorie 1 Die Finalisten stelle ich euch vor Die 143 Chang-Hun Chang 144 Sascha Krobotek 149 Mohamed Naderi Pur 150 Ayham Juha 152 Ben Bitama 153 Javed Sultani Bitte alle die korrekten Frontpositionen einnehmen, gerade stehen und ein Bein abstrecken Viertel Triumph nach rechts Viertel Triumph nach rechts Viertel Triumph, Seitenansicht Viertel Triumph, Seitenansicht Viertel Triumph, Seitenansicht Und wieder nach vorne Frontansicht Wasch und bei Wurden Triumph Wasch und bei Schnell Ich bin zumal ganz im Verliegel Du hast ja noch Was ist denn noch Das wird durchgewechselt Finale Die Männer-Physikklasse bis 1,75 Meter Führst du den nach rechts? Drücken hat sich. Für die Drehung Seitenansicht. Und wieder nach vorne Frontansicht. Vielen Dank, bitte hinter der Bühne bereit halten für die Bekanntgabe der Platzierung über die Sicherung. Das war unser Finale.